Wie lange wir eine Information speichern, hängt nicht nur von deren Wichtigkeit für uns ab, sondern zunächst davon, wie die Information überhaupt erst ins Gehirn gelangt ist. Bei der Wahrscheinlichkeit des Behaltens von Informationen unterscheidet man grob. Durch bloßes Hören von Informationen besteht nur eine Wahrscheinlichkeit von 20% der Erinnerung an den gehörten Inhalt. Erst mit vollständigem Interagieren lässt sich das volle Potenzial schöpfen. Deshalb ist es wichtig, dass du es nicht nur bei diesen Unterrichten belässt und darüber hinaus auch eigenständig lernst und übst. Viel Erfolg!